wir bauen gar nicht hier aber ich weiß nicht was ich sonst nehmen soll ich können drei geschütze das ist eine verteidigungsmission da muss ja gestartet sind das extrem das ist aber glaube ich nur hälter als dem herr ist die schwächkeitsgehalten wir kommen wieder pircher was war ja auch mein schönen rucksack oder rucksack oder wie auch immer du hast ja ich glaube da hinten ist das so müssen wir da wieder so einen satelliten abschießen oder so ganz noch mal wenn sie mal so gut wäre zwei sekunden in der mission ich darüber ich will effektiv meine granate dagegen ist ich schieße ein fleisch ab eliminiert von dar weges kriegst du denn ja leute ich lasse mich mal rückstoß drin aber so habe ich alles ja da hat er den eingeholt automatisch auf ein ding aber macht voll schaden muss ich mir vielleicht auch holen für die insekten ich würde mich mal halten die wacht muss die ganze zeit fast tot ich weiß nicht immer nur wenn ich im roten bereich bin aus irgendeinem gewohnt mir warst du voll am blinken bei mir ist deine munition am blinken ich habe nur so 90 prozent ich weiß ja letztlich noch ein stürmer ich höre mal groß ist Leute lass mich in das ding dran echt jetzt? so, oh sehr gut so, die erste granate ist wieder daneben gegangen also was weiß ich für kunden so, proben irgendwo wo seid ich glaube da ist eine tür zum öffnen ich habe irgendwas rufst na vor der rufst du besser die beste durchstattung oh gott da kannst du mal explodieren es wird das ding manchmal aber genau die er hat sich wohl geschottet er kann haben denn seine durch die schwäche am hintern kriegt irgendwie nie ja, ich weiß, das ist ein bisschen schwer zu treffen das hat ja noch einer ja, ich weiß, das ist hier oben aber bewegt sich irgendwie nicht, ich schieße den Markt er ist tot ah na, weiter, 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 chillen, chillen dann nehmen das da da längst nachher ich bin doch gar nicht nach mir ich habe heute gesagt, dass du mich gekillt hast na ich habe da einen stürmer erledigt sehr gut die demokratie ist der lange äh vor der auf und zu rennt ja, das ist sehr gut äh äh kanone äh äh da ist mal da mein wo war wo sind meine pro meyer die habe ich gerade aufgenommen die habe ich gerade aufgenommen das wichtigste so da ist noch ein stürmer, warte nein nein daneben keine geschütze no strikes pro ich glaube wir müssen auf schwächeren schwächkeitsgrade spielen um die normalen proben zu bekommen ja war ja 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 habe ich gesagt also hier ist irgendwas goldenes gehen wir auf das ist obwohl ohne sachen obwohl jetzt aber ich soll vielleicht mein raketenwerfer nachladen plan mein sehr gott ja da ja na ja da ja ja und es noch eine kampf angriff gegen irgend so war der wand gemacht ein bisschen explodiert man da war so ein insekten zeug mit tanken wir mal unser shuttle kampfmusik weil auch mein geschütz wütet mal dagegen geschützt nicht nur darauf zählen schießen er hatte nur bedrohlich angeschaut ich habe die pilze ja genau kampf habe ich gemerkt kann man sich damit wegschleudern irgendwie schießt und gleichzeitig dabei dann fliegt man durch die gegend er hat ein geschütztes am arbeit näher so treibstoff leute rosa auch 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 nicht oft gemacht er bekommt gar nicht vor auch 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 aber auch das ist wir die dinge aufdrehen kommt gar nicht bekannt vor was wir machen moment hier gerade ich habe ein eigen gerade gedreht aber ich weiß nicht ob das richtig gemacht hat heute könnte uns mal nur lassen schade wurde betankt vor uns ein paar sachen können wir mal gucken so in die richtung da geht es ja gut ich habe du am schein bist auch ich weiß nicht warum ich bin gealter ja ja was ist mit denen los ey die sterben irgendwie nicht äh was ist das für ein bug ok jetzt hat er sich in luft aufgelöst das war sehr merkwürdig schon wieder nachschub er ist zwar nicht gestorben aber er hat sich die ganze zeit nur auf der stelle gelesen obwohl er keinen kopf mehr hatte aber er kann nicht die freiheit mich heilen ist holle weit wo sind eure löcher ich stopp sie ich weiß mal versuchen wir beiden aber hat sich geklappt wenn er der ja ich brauche noch mal so ich glaube dass was groß ist mal gucken warte hier ich tue meine ganzen geschütze erst mal ein platzieren da sagt 1 ich habe von außen jahren pirschen ja 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 1 2 3 3 4 ich renne vom einen doch zum anderen machte kaputt 5 5 mein gott vor den lauf 6 nein das habe ich nicht getroffen ich krieg doch nicht in roh es kommt natürlich welche daraus das ist ja da kommt er ganz okay aus ja glaubt das ja 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 wenn ich jetzt noch möchte noch gestoppt werden so eine rote auf der karte das ist jetzt doch keine proben ich habe keine einzige probier gefunden muss dabei läuft hat so ständig daneben nicht also jetzt noch irgendwie worteste rum ich glaube nicht dann nicht wir wollen unsere belohnung ich war schon wieder nach schuppe diese maranaten jetzt mal anders weil man auch die spritzen dann macht ich munition auch ich habe noch nicht genug an gehabt ich verstehe da ganz unten ist auch noch was aber hier war zum schatten wir haben wir 20 minuten so ein stürmer das im felsen aber weitergehen einfach weitergehen zu noch gar nicht mal geschützt einpacken so was ist datapro karte schweres nest also bezeichnen habe ich noch nie gesehen da war das netz war aber gerade waren dann wieder so ein komisches wellenzeichen irgendwie habe ich noch nie gesehen da stand schweres netz so 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 schon die ganze panik musik musst du da ach so jetzt was raus ich kann nicht gesehen ja da war zum drehen mein gott jetzt immer alles auf der karte oder zum pilz ich glaube da du willst ja nie aufhören müsste nie davon abhalten können zu tanzen aber ein rover und sturm ich dachte back durch wo so wie soll man hat schon gesagt wir haben in johon ich habe gerade aufgedrückt auf dem terminal so treibstoff treibstofftransport lehmann flug steht da bei mir wo wenn man passiert ist der reich aus dem schatten jetzt die sauner glitschte mir kommt nicht bekannt vor ich weiß nicht wo du hat gesehen ein werkwerkzeug gestellt mit dem mit allem was man braucht um ein besseres morgen zu können so lange dauern noch treibstofftransport shuttle dem anflug muss tanken die erdohl vorkommen der insekten naja video was du da mir gesendet hast was haben die insekten jemals kurz vor uns getan genau da wo der ist geht er weg heute ich habe mich ja umgeschafft weil ich den paar proben aber sowieso die ganze zeit erwarten müssen da passiert irgendwie hat noch dem stadt ich werde hier ganz von gegnern überrannt wie lange dauern das ist ja voll ist davon lange gedauert machen wir noch paar kleinschein vorgehen noch aber das ding ist soweit entfernt kommt dann schafft man noch hier sind viele gegner war nicht so eine gute idee leider war meine pfone ja so man hat genau jetzt gerade einer rauskommen nahmen geschützt mich auch da macht die kaputt geschützt jetzt machen wir da kaputt ja nicht meine pistole wir sind ja gar keine stürmer oder nur am anfang ok da leute hier verliebt euch damit wir müssen leider ja weg ihr könnt euch damit haben sie oder damit genau kommen also vorher tun unsere charaktere nicht mehr irgendwie so ausholen wenn irgendwie erwarten immer wenn ich ein orbital legen werfen antonia tun ja mal weil ich immer so auf ausholen so ein bisschen ich glaube die animation haben irgendwie weniger gemacht wo es bei einem nachschub nicht ich glaube wir haben noch nie so ein koordiniert spiel irgendwie gespielt wir haben noch nie irgendwie so koordiniert irgendwie gespielt wie in diesem spiel irgendwie voll neu für mich so hat die man da ein oder ist ja ich kümmere mich darum ja okay los geht ich sehe überall die sehenswürdigkeiten auf der karte abchecken da war schon so glaube ich die beine angeschossen ich komme nicht mehr zu meinen granaten zu benutzen und feuerwerkskörper ich benutze nur noch gegen gespanzerte dinger ja wie langsam zu schmelzen egal sieht er uns kommt aber uns ich habe genau in den hinteren getroffen der ist nicht gestorben ich glaube nicht dass der dadurch sterben kann also was hier meine stück brenne jetzt mache ich auch für ein feuerwerk hat er gehört er kommt immer noch glaube ich aber der verrägte ist glaube ich sowieso gleich kann los wie die tanks aus der fadette anzünden und dann wegrennen aber drinnen so eine kleine sehenswürdigkeit und dann können wir nach hause über klatschen so dauer gleich die pfälze getroffen man darauf mich auch zu manövrieren so war es ja noch hier aber ist das denn hier also die granaten bauer so ein kleiner karte mit granaten und munition drin das alles aber schon mal zur effektivierung am besten ich bin schon da ich bin schon da nein nein ich muss noch mal das ist eine probe ausgeschützt hebt die probe auf geschieht bitte nicht da unten war sogar laut geschossen du sollst nicht da runterrollen du sollst nach oben landen stürmer bei meiner position hinter angeschossen ja hat nichts gemacht wer will noch was neue normale neuen seltene perfekt jetzt nicht mehr das war es leute ich gehe nach hause denn oh mein gott haben wir den säkten endlich raus das was dir gerade passiert da war sie noch ist eine schwere ding mal wenn ich bekommen da war wahrscheinlich mal ganz rechte 0 von 1 voll und wer weiß wie es war ja zivilisten beschützen macht man da so gerne ich habe vorher so viele proben wir bekommen ja so normale ja ich will beziehe ich habe trotzdem noch rechner habe ich auch immer die finger bist du ein präzision 83,8 prozent was los mit mir dabei gebe ich sogar mehr schiss ab mit meinem gewehr ja dann müsste ich doch theoretisch eigentlich auf der neben hauen wenn ich mehr mal schieße oder also ich sehe manchmal in deinen videos wie du schießt dann du triffst du dich überhaupt nicht bewegen also ja 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 weißt du jetzt nur noch wilder ballern so theoretisch müsst ihr müsst ja noch mehr daneben hauen eigentlich oder so läuft hat da oder wenn die kugeln sich so weit ausbreiten trifft irgendwann weiß er ist wie ein schuss ins blau 1 von den dingern wird schon treffen so so das geschützt hat geschützt hat geschützt ich finde die kombination hat es bisher gebracht irgendwas haben wir da bekommen wo ist das keine taktik ausrüstung weil nachschub keine taktik ausrüstung verstärkungen also ich weiß nicht was das bedeutet bist mit dir selbst nicht zufrieden dann passt ein aussehen und eine stimme da in der abgangs kann man so einfach geht das bräuchte ich wünsche da wäre so einfach meine stimme ändern kein problem wie sehr erwünscht das geht ok ich habe noch nicht mein ding war das hier schon wieder los so eine sekunde stürmer warte ja verdammte beinahe hätte hat sich abgeteilt nicht nachdem ich mich hier gespawnt habe da kommt der spucker noch ein stürmer ich habe jetzt nicht davon stürmer gerade der barb ja 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 leute leute geht immer da soll ich ganz 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 ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ich schriftlich ich hätte nicht mit meiner forschung hat so ok so war was ist das abtrünniger forschung ist okay wo meine hellen bombe größe aber er kann uns gar nicht sehen aus der entfernung mhm irgendwann haben wir es hinter uns ist ein spucker da sind zwei es gibt verschiedene arten von denen glaube ich sogar ja wollte nicht weil der eine der zum beispiel so eine gelbe spucke gehabt die andere ist grünlich schmecken die verschieden die eine brennt den ort gesicht weg die andere sticht dich als wärst du gestochen von tausender alle gebäude zerstören als der stürmer ist tot da oben ist aber ein spucker habe ich gar nicht gesehen da kommt noch einer ja da ist ein anderer aufgetaucht vor dem noch da habe ich dir hat so gemütlich ich kriege nicht ich kriege in seiner pfanzerung nicht weg ein geschütz macht den er einen robot macht ja eine ganze platte ja weil er dem von hinten angegriffen jetzt die ganze zeit von meinen schüssen geblockt hat die ganze zeit von dem laser ja ich brauche schon okay so dann müssen wir kommunikation zu erstellen aber da ist irgendwas im weg man stürmer der stillsteht kann ich den also nicht oder ich sehe nichts ja ich bin ein kleines gesicht geschossen werde auf mich zugestimmt das war der leichter über mich geflogen aber wie in hollywood film das ist ja ich habe von hinten angekostet wird ich werde etwas geschlagen hier da hat hier ja 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 wir ganz ruhig heute ganz ruhig heute war keine motion ich habe dich in der nähe hingeworfen ja da kann man dann ist ja da sind es da präventiv schlag präventiv schlag ich glaube nur eins ein gott ich habe den richtigen winkel raus langsam ich habe schon welche damit kommt aber schwierig eine feuerwerksgranate kann ja auch irgendwie treffen wenn ich die ganz genau treffe so sei das war eigentlich viel auf der aus der ego perspektive erschießen jetzt irgendwie öfter perspektive gehen wir haben ein türchen überquält zweimal und dann von euch scheine weiter leute 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 ja okay da geht auch da habe ich habe mein geschützt ich glaube ja die spur der zerstörung ich komme nicht dazu irgendwie alle meine raketen zu verbrauchen ich war mehr als genug von denen ich bin ich habe mich auch gar so ein ding passiert ja in gott 18 ist mir beschütten stimmt klar warum nicht sprengstoff das ist ja ganz herumlaufen mal geht wo seid ihr denn alle mann hat schon mal dahin rauch ist ja noch schlimmer auch habe ich noch gefunden aber das ist jetzt nicht so ich bin jetzt mal als statik fällt rein und dann nur sprengstoff nehmen als nächstes sprengstoff hat man sprengstoff und jetzt fühle ich mich irgendwie nach sprengstoff und als nächstes packen wir das sprengstoff hat genau vor mir verstärken berufen so ja ja ich werde jetzt leute rufen und kann es nicht da ich mache hier heute startig feld ja der himmel ist lila das vollgebracht war ein sehr effektives statikfeld gegen uns ja ich habe dich geschlagen und um mich geschlossen hat ok leute ganz ruhig da kommt die auf einmal her leute mein gott warum sind ja so schnell ich bin jetzt davon weg na ja sprengstoffdinger ja ein bisschen umballern ja 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 weil er hat ja schon hier auf dem planeten ist dass wir so ein präzisionsschlag glaube ich und da haben sie sich auch 100 macht auch gar keinen sinn wenn das da von beiden flüssig wird wenn das hier schon auf dem planeten ist ja ja wer wer unterfliegen und allgemein ja wenn du so eine art die flug denken das ist nämlich an der mann passiert nur wenn er hat in der nähe von den dingern da ruf oder so hier ist eine tür und so wie willst du die aufschießen mit deinem ding oder ich brauche eigentlich ich glaube ich wollte mir als nächstes hier diese neue rüstung und jetzt glaube ich die gleichen effekte wie meine jetzigen und ist weiß und grün also was die automatisch besser macht natürlich nicht ich glaube nicht so so ah weiter nehmen sagt was ich habe eine seite gerade gefunden aber mehr wahrscheinlich nicht so fokussieren wir uns auf die bürger gibt es auch noch die bürger schon fast vergessen ach ja wir müssen leute diesen pilz gibt ich ihn da kann damit das ist da jetzt ja ist immer mehr noch die hälfte meines magazin ist uns nachladen da werde ich mich nie gewöhnen ich habe immer ein volles magazin deswegen ich kann nur gegen hatte sich gerade in den brunnen gebundet müssen wir jetzt mal gewinnen ein bisschen mehr probleme mit dem ich die nicht mehr stürmer ich habe das gucken ob er hat überlebt hat oder nicht habe ich mir gedacht okay ich habe mich noch in den sachen nachladen abgebrochen schon hier noch ein bisschen um da ist ein dicker den kriege ich aber er ist tot die dinge kann ich einfach mit meinen schot gewerb bei der tür wo ist die tür also ich muss ja noch mal bist du deine nähe ja aber ich muss dann noch mal drücken ja geh du mal zur tür da boah leute lasst mich kurz mal hier durch lasst mich kurz mal durch lassen die spucker ich mich nur kurz der terminal aktivieren dann gehe ich schon wieder so gott und war so hat er weg weg lasst mich hin na ok c4 c4 wo ich dachte auch noch machen denn 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 der so und jetzt bis jetzt mit dem sturm die muss aufhören ein paar gegner kommen die zonen so ein rauchpilz reingelaufen zwei spritzen sicher machen die ganze winter und irgendwie pilze einhoffen die tür kurz auf die lauft leute erlauft sind so dumm wie stroh wo wir gleich hingehen zukunft plan na los na los mal auf bitte mal noch mal e-mails machen er einzelne ja ich habe nur die zwei explosionen da gesehen sie fangen an sich selber zu töten ja toll wozu brauchen die dann uns noch ein paar wurden jetzt wieder zurückgelassen weil das schiff schon wieder feuer abgefloben ist aber aber soll ich gerade auf den zielen jetzt habe ich auch ich kriege den nicht mehr so da und so schnell mach das digital auf mich los das ist der gar nicht gesehen weil ich schon wieder in so einem blöden pilz reingelaufen schon wieder überall rauch ich habe eine aufgesammelte probe noch habe ich daran gespuckt nur ein aber meine zehn proben mann so haben wir sie ein und ich alles gerade angespuckt wenn ich gerade mein ding nachgeleitet habe meine proben ja ich habe mein geschützt man kümmert sich schon darum hier war goldenes mache ich auch ich dachte ich würde die wampel treppen da war ein guter ausreichend hier weg 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 man kann hatte und einen sind auch dahin sind auch gegner mohr paar leute ich war ein stürmer ja ich habe schon gemerkt die erde ist am beben ins gesicht ja mein gott ich bin so gut dass ich jetzt auch was gegen die machen kann über krebs gott wenn ich noch ein von hängen sie ja der gelbe spucke ich sehe immer nur leichen von diesen dingern leichen von denen so jetzt gehen wir sagen so genau aus sollte ich vielleicht mal einen nachschub platzieren wir haben noch den safe dann dann haben wir es einmal benutzt ja zweimal haben wir noch drei stück von und da ja ja weil die können sich nicht entscheiden wollen darüber kommen oder nicht oder ist natürlich ich habe auf ihn geschossen ja da haben beide auf ihn geschossen da kommt doch das spucker wie ich schon wieder ich habe keine moni die werde webt warum werde die alle da hat er nicht getötet hier vielleicht auch immer doch in richtung die markierung jetzt wieder wieder nervig zwei proben ja ich weiß aber man vielleicht immer doch zur lokierung dann warte bist du mich wieder leben kannst jetzt gar nicht mehr hat vor weiter leute war aber ein geschützt wahrscheinlich stürmer ich habe kurz meine proben und mein zeug dort und dort und dann verschwinde ich wieder dann macht man die tür auf weiter jetzt definitiv ich glaube ich damit leute so wie du mal einmal da drin ist aber wenn wir unsere proben wieder verlieren nein ich verzeihe haben wir noch sechs minuten ja okay vielleicht auch mal doch zu evakuierung aber hier ist noch irgendwas eine kann man da machen versuchen andere und das mal lieber das reicht nicht mehr man safe da reingeworfen hat getroffen doch aber der andere war nicht da haben wir proben keine leute umso fisch hat und keine pro samples okay und ist dann noch mal auch noch machen ganz schnell ich vielleicht nicht vielleicht soll man doch bauen ich glaube meine form und haupt gleich neuer planen wir schnappen uns unsere proben und hauen ab ich habe manchmal nicht wie habe ich nicht getroffen ich bin genau in den reingeladen so leute lasst mich mal ganz kurz hier rein ja leute ich gehe noch mal kurz hier rein und nehme meine sachen und dann habe ich wieder ab und dann könnt ihr wieder weitermachen jetzt was auch immer ja gerade machen wollt ja okay dann aber ab mit der zur riskant gerade klappt euch damit und damit und damit lieber nicht riskieren wir haben neun proben ja jetzt auch nicht sowieso los granate noch eine wunderkarte angepackt irgendwie naja naja war steht jetzt gerade in seinem geschütze dann gehen wir aber wir haben sogar zwei minuten sich lebt allein jetzt nicht mehr ja so ein dicker da kommt schon der nächste ist klar möchte ja nicht getroffen war auch keine zeit mehr wir sind drei direkt an meiner backe von den fischern leute weiter aber würde ich über die gegend geboxt was nicht schlecht war gehabt und ich von dem verfolgt werde da kommt schon wieder zwei meine geht glaube ich mir mein geschützt man natürlich kommt von der seite auch noch welche der leute dass ich noch mal kurz das ding gerufen dann ich habe ein bisschen im singel leider so was leute so bevor mein vor wir ja nichts mehr rufen können naja weil zeit abgelaufen ist die zeit für die mission ist vorbei deswegen haben wir jetzt nicht mehr also wir müssen jetzt überleben ohne unsere sachen man nein ich habe meine markierten werfen nicht ready kannst du ihn erledigen nein was machen wir jetzt nein ich meine pistole nach hinten war gar so muss überleben ohne mich das war eine spitze naja überlebe ich glaube nicht ich habe keine ich habe keine ich habe keine also stand jedenfalls nicht dass ich irgendwelche fallen gelassen habe und so nehme ich meine ich habe keine gott ja er lebt noch erlebt noch ja er lebt noch unser proben haben überlebt und du auch nehme ich an was auch gut ist der man das ist auch gut außergewöhnlicher hut wir haben heute voll viel mit proben ab ich finde es gut ich hätte mal hier was hochladen kann wieder diese hände proben habe ich mir herz genug blöden normal kotz mich so an später machen wir ja immer noch welche für die von dem nein ich stehe da nicht mehr ja ich bin trotzdem her war sie macht sich putz präzision güte so wie verbrauche ich 80 er habe ich war noch ich war noch 21 20